Hallo mein Freund. Wähle ein Lernspiel aus. Neige das Gerät nach links oder rechts, um auszuwählen. Und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. Tschüss! Yippie! Gut gemacht. Fast. Das ist es nicht. Mach weiter. Lass uns spielen. Das ist die richtige Antwort. Drücke eine Buchstaben- oder Zahlentaste. Beginnt mit den Buchstaben. Lass uns die Bälle zählen. Gib den richtigen Anfangsbuchstaben ein. Welche Seite hat mehr Punkte? Welche Seite hat weniger Punkte? Neige das Gerät nach links oder rechts, um auszuwählen. Und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. Du hast neue Nachrichten. An dich. Von deinem Freund. Hallo Freund. Schön dich zu sehen. Tut mir leid. Guten Morgen. Danke. Du bist gut. Benutze die Buchstabentasten, um deine Nachricht zu schreiben. Drücke die Eingabetaste, um zu senden. Lass uns einen Schneemann bauen. Bewege den Schneeball, um die Sachen einzusammeln. Neige das Gerät nach links oder rechts. Oder benutze die Pfeiltasten, um zu steuern. Hilf mir, die heruntergefallenen Knochen in die Löcher zu legen. Neige das Gerät nach links oder rechts. Oder benutze die Pfeiltasten, um zu steuern. Neige das Gerät nach links oder rechts, um auszuwählen. Und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. Spasszeit. Neige das Gerät nach links oder rechts, um zu spielen. Baue einen Roboter. Neige das Gerät nach links oder rechts, um auszuwählen. Und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. Die Zeit ist abgelaufen. Benutze die Pfeiltasten, um Änderungen zu machen. Und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Auto, Biene, Klauen, Decke, Eis, Fuchs, Geld, Hut, Insel, Jacke, Königin, Löwe, Maus, Nuss, Orange, Pferd, Qualle, Röntgen, Saft, Trommel, Uhr, Vogel, Wolf, Xylophon, Jojo, Zug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null. Eingabsante Shorten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017